ARD Text im Auftrag von Funk Guten Morgen! Wenigstens sind bei der Arbeit alle fair. Ich tue ja gern was für andere. Und deshalb wollte ich schon immer was mit Menschen machen. Guten Morgen! Zum Glück nehme ich meine Kollegen so wie ich bin. Klar will ich vorwärts kommen, nur nicht auf fast ein anderer. Ich gehe meinen Weg. Und ich bin froh dabei nicht alleine zu sein. Siehste, zusammen läuft's doch. Sparda sind wir. Und gemeinsam sind wir mehr als eine Bank. Sparda Bank. Sparda Bank. Starte als Azubi.